Das hier ist das HTC One V. Dieses Handy gehört mit einem Preis von knapp 250 Euro den gehobenen Mittelklasse-Handys an. Außerdem stammt dieses Smartphone aus der HTC One Reihe. Doch widmen wir uns als erstes einmal der Verpackung. Unter dem Deckel verbirgt sich direkt das Handy, das HTC One V. Unter dieser kleinen Abdeckung und unter jeder Menge Sicherheitshinweisen und Informationen rund um das Handy verbirgt sich dann noch das Handbuch in Form einer kleinen CD, dann noch die Kopfhörer, von denen ich persönlich ziemlich beeindruckt bin, außerdem noch das Anschlusskabel für den Computer mit passenden Adapter auch für die Steckdose zum Aufladen des Handys. Aber jetzt kommen wir erstmal zum interessanten Teil des Videos, nämlich dem Handy an sich. Auf der Oberseite spendiert HTC eine großzüge Hörermuschel mit einem 3,7 Zoll großen Touchscreen. Auf der Unterseite finden wir noch drei kleine Soft-Touch-Tasten für zurück, den Homebutton und den Taskmanager. Auf der Unterseite, auf dem übrigens sehr nach oben gebogenen Hals, gibt es dann noch ein kleines Mikrofon zum Telefonieren. Auf der Rückseite finden wir neben einem Lautsprecher noch das Beats Audio sowie das HTC Logo. Außerdem noch die 5 Megapixel Kamera mit kleinem LED-Blitz. Auf der Oberseite gibt es dann den On und Off sowie den Sleep & Reek Button, außerdem die Status-LED sowie den 3,5 mm Klinkenanschluss für Kopfhörer. An der Seite finden wir dann noch die Lautstärkewippe. Und hier noch ein paar kleine Informationen zur Software. Das Menü ist sehr gut gestaltet und das Handy läuft auf der aktuellen Android-Version 4.0 Ice Cream Sandwich. Damit alles so flüssig läuft, ist in dem Gerät ein 1 GHz Prozessor verbaut, der das Ganze auf Trab hält. Und auch die Kamera-App konnte mich überzeugen. Es gibt hierbei mehrere Einstellungen wie ein paar zusätzliche Effekte. Außerdem kann man wählen, in welcher Bildauflösung bzw. Videoqualität das Ganze aufgenommen wird. Bildauflösung schafft das Handy bis zu 5 Megapixel und Videoauflösung bis zu HD. Das HTC One V. Es bietet nicht nur ein außergewöhnliches Design, das mir persönlich ziemlich gut gefällt, sondern auch viele Applications und schönen Sound. Durch die Beats Audio-Unterstützung hört sich das Ganze noch besser an. Mit einem Preis von 250 Euro kann ich das Smartphone nur weiter empfehlen. Es ist wirklich ein ziemlich gutes Einsteiger-Smartphone für alle Android-Fans. Über die Stand von diesem Bildauflösung… Entschuldigung, auf Treint. Hatten Sie diesen Bildauflös III aus, Vielen Dank.